Und da der Sabbat eben auf Errettung aus Gnade durch den Glauben hindeutet, auf die Ruhe des Herrn, das würde ich den Glauben in die Ruhe des Herrn einziehen, deswegen wurde das Brechen des Sabbats mit dem Tode bestraft. Als eben zum Beispiel jemand am Sabbat Holz gesammelt hat, um ein Feuer anzuzünden. Die Bibel sagt, dass am Sabbat kein Feuer gemacht werden durfte. Nun, die Pharisäer, die, und heutzutage Juden sind im Grunde genommen Pharisäer. Das heutige Judentum ist Pharisäertum. Was machen sie daraus? Am Sabbat darf man nicht Licht anmachen, elektrisches Licht. Denn dadurch würde man ja ein Feuer anzünden. Denn in der Glühbirne, da glüht ja der Draht und dann würdest du ein Feuer anzünden am Sabbat. Das ist Pharisäertum, das ist völlig ballerballer. Sie verstehen nicht, worum es eigentlich geht. Sie sehen den Wald vor lauter Bäumen nicht. Sie sehen nicht, dass das ganze Gesetz auf Jesus Christus hindeutet. Sie wollen all diese Gebote halten, ihre selbstgemachten Gebote. Nirgendwo in der Bibel steht, dass man nicht irgendwie Licht anmachen darf am Sabbat. Sondern, was ist der tiefere Sinn dahinter, wenn die Bibel sagt, dass am Sabbat kein Feuer gemacht werden durfte? Nun, sie mussten damals natürlich Holz hacken, das Feuer mühsam anzünden. Das war natürlich tatsächliche Arbeit, die nicht verrichtet werden durfte. Und das wurde dann eben mit dem Tode bestraft. Warum? Denn wenn du nicht an den Herrn Jesus Christus glaubst, wenn du nicht in die Ruhe des Herrn einziehst, dann fährst du zur Hölle. Deswegen wurde das Brechen des Sabbats mit dem Tode bestraft.